guten morgen und willkommen zurück zu dem mountain wir haben noch ein paar stufen und wir sind bei tag zwei ja eigentlich sogar tag drei vom dach schon über den dritten tag kann man jetzt streiten und den uhr ob man den mit zählt da hinten war es nur dass ich da hoch kann alter müssen wir auch hier noch sagen wir mal tag zwei ist die giebel aktionen dann noch nicht mit so viel zu hin es klappt nicht mann und ich fall runter hoch hoch nein hier lang probieren wir mal das geht das geht dagegen voll der hat sich sehr gut falsch gesetzt immer noch von mir ja erstaunlich gut zumindest in diese richtung jetzt immer eine andere siemens richtung wird schon wieder nein geht auch noch das nutzen wir aus das machen weiter schon wieder so liegt was mich so ein bisschen nervt ist heute wenn ich mein ding für solche liga glaube ich du ja brauche ich jetzt eine bauhilfe ich könnte da ansetzen zack und zack und dann müsste auch relativ zügig gehen so und dabei können wir was anderes anfangen die frage schaue ich andere youtuber welche gefallen mir welche nicht habe ich mehr oder weniger eigentlich schon erwähnt ich glaube sogar ich meine sogar in diesem let's play hier also in sommer aber ist ja auch egal ja ich schaue natürlich andere youtuber allerdings relativ selten das wird so ziemlich jeder der let's plays macht wird das wahrscheinlich bestätigen können man hört irgendwann auf andere zu gucken zum einen weil man den zeit nicht mehr so hat was jetzt auch so ein bisschen mit dem anzahl der projekte anbetrifft ich habe ja täglich drei videos das kostet natürlich ein bisschen arbeit diese arbeit die dafür drauf geht da kann ich natürlich keine videos obwohl man beim rennen amperna nebenbei zumindest mit meinem jetzigen rechner es durchaus könnte aber es lässt automatisch nach und weiterer mal davon mal abgesehen von der zeit und so weiterer grund kommt so ein bisschen darauf an was man an let's place macht wenn man so wie ich es mittlerweile mache ja eigentlich alle möglichen spiele macht dann will man sich natürlich nicht spoilern und dementsprechend sind selbst die kanäle die ich verfolge gucke ich nicht alles da gucke ich nur sachen die entweder gar nichts mit let's plays zu tun haben oder halt und let's play wo ich mich nicht spoilern kann wie hier minecraft kann ich mich nicht spoilern oder irgendwas was soll ich das sagen was was ich selber nie machen würde ich gar keinen bock auf diese art von spiel zum beispiel wäre jetzt mal spontan fällt mir da jetzt ein evil within habe ich bei mammut geguckt ich werde mir dieses spiel nicht kaufen von daher kann ich mir das natürlich gerne angucken oder lucius habe ich bei gronk geguckt gleiche obwohl lucius besitze ich mittlerweile aber auch nur weil es in einem sale super günstig gekriegt habe für zwei euro keine ahnung was ich weiß aber nicht warum ich jetzt die kurve hat er mir in dem hekt weil ich weiß ja sogar durch das konkrete dass das spiel nicht wirklich gut ist keine ahnung was mich da geritten hat dass ich das doch noch gekauft habe aber so in der art kann man schon sehen wie ich auf jeden fall selektieren muss bin finde ich gut wen gucke ich wenn ich gucke nur mammut trittiger beide allerdings nicht viel doch vom mammut sogar relativ viel das wo ww let's play zum beispiel obwohl ich da ja mitmache gucke ich da jede folge und halt wenn er ich komme hier wieder nicht rein bei seinem stream bin ich immer dabei wenn ich nicht gerade arbeiten muss ja ansonsten ja kann ich das schon wieder gar nicht pauschal sagen ich könnte jetzt theoretisch könnte ich jetzt sagen mit etwas im moment läuft würde ich gucken tue ich aber gar nicht ich komme nicht da hoch hahaha ok und ich habe auch kein dörter in der tasche ob so den verfolge ich noch rahmen schnitzel gucke ich sehr gerne aber mittlerweile auch sehr selten was ich da auf jeden fall immer gucke ich hätte hier auch dort mitnehmen sollen von rahmen schnitzel ist sein also in letzter zeit schon öfters ausgefallen ist sein wöchentlicher rahmen mehr oder weniger gucke ich eigentlich immer wenn denn was auch schon sehr lange nicht ich habe mir kam portal cast im koop mit dem da kiexel zusammen ja und ansonsten da hört es dann schon fast wieder auf kommt es halt drauf an doch tombrider habe ich bei ihm geguckt wenn auch nicht alle folgen ich glaube das läuft auch noch das tombrider naja wie gesagt da gucke ich halt oft rein aber auch nicht alles ist also commander krieger wobei ich da alles was mit shootern zu tun hat cod weiß der geier ich mag diese spiele einfach nicht ist nicht gucke ich nicht ich hätte vielleicht auch stufen machen sollte also treppen was ich von dem allerdings sehr feiere sind seine ich nenne es jetzt mal die fragt sich der der hangout ist das meistens sonntags gucke ich eigentlich immer hin und wieder gucke ich ins stream rein aber auch nicht so viel weil der da ja auch sehr sehr oft was mit cod und co macht also alles was wie log mäßig ist oder seine mein leben als youtuber serie oder sowas feiere ich bei ihm ungemein und auch die trials ganz besonders die sache genial und das war es an und für sich auch schon von denen die ich regelmäßig gucke also selbst kronk obwohl ich ja gesagt habe ich habe ich glaube ich gar nicht mehr abonniert ich habe ich nicht mehr abonniert da habe ich abonniert gucke ich aber auch nur die reisevideos da gut habe ich noch abonniert aber der macht ja leider nichts mehr also zumindest nicht auf seinem kanal das richtig mitgekriegt habe ist ja des öfteren mal mit streeter zusammen kann ich aber jetzt nicht nicht beschwören habe ich nun mal irgendwie so ein bisschen mitgekriegt kann auch sein dass das also ein gast auftritt war keine ahnung weil gesagt verfolge ich nicht da hört es eigentlich auch schon auf da kommen noch diverse abos wie video abend und sowas video haben macht ja auch schon ewig nichts mehr beziehungsweise der hat ja schon immer relativ unregelmäßig gemacht ich kann überlegen wie sie heißt marie marie heimberg schlagt mich tot ob das jetzt stimmt denn nach marie auf jeden fall da gucke ich marie ist stammtisch der kommt weil ich nicht einmal die woche kommt er also hatte jetzt pause daher weiß ich nicht ob der jede woche kommt oder einmal im monat hat er auf jeden fall jetzt eine zeitlang pause das ist aber auch kommt aufs thema an was die da haben ist ein cooles format dauert allerdings auch ich glaube anderthalb stunden oder so was und das war dann und wir sind hier schon im stockdustern und sind wir auf dem dach super von lauter überlegungen welche youtuber ich gucke und welche nicht schnell runter ins bett bis morgen